hallöchen bevor ich jetzt gleich zum 15 mal vollgefressen kugel rund aufs sofa falle wollte ich die chance und die gelegenheit nutzen um einmal danke zu sagen danke an meinen schatz an meine familie an meine freunde da sie das ganze jahr immer für mich da gewesen sind und natürlich auch danke an alle kunden die mich beruflich unterstützt haben und deswegen dachte ich stoße mit euch einmal auf 2020 an mehr oder weniger dass wir es überstanden haben ja manche mehr besser manche schlechter egal entweder man stößt darauf an dass man es endlich vorbei hat oder weiß vielleicht doch ein gutes jahr ist deswegen nutzt die chance wenn ich die flasche öffnen holt euch ein gläschen und ein fläschchen und dann stoßen wir zusammen einmal an ich habe mir auch ein gläschen besorgt das werde ich jetzt mal ordentlich füllen so ein gläschen in ehren kann niemand verwehren und deswegen sage ich noch mal ein schönes frohes restweihnachtsfest einen guten rutsch schon mal und dass 2020 endlich vorbei ist zum wohle lasst es euch schmecken bis bald auf 2021 um delizios um